Also hallo zu On The Grid. Der junge Mann neben mir, das ist der Dr. Herbert Stelzer. Wir sind heute am USI-Lauf. Der Herbert ist, ich glaube, du bist der Älteste, der heute angetreten ist, mit knackigen 79. Wie hat dir heute der USI-Lauf gefallen? Ja, frohe, super. Wie immer. Einen Spaß, sagen dergleichen, ja. Ist richtig. Also wir haben heute zum Beispiel auch die Thomas die Lokomotive gesehen. Das waren zwei Typen, die haben sich in einer Pappenmarschee Lokomotive herumlaufen lassen. Es war wieder mal wie immer ein Spaß. Das USI-Fest läuft jetzt an in Graz. Ich habe mit Civic & Friends, also das war eine Gruppe von mir aus dem USI-Marathon-Team, also Universitätssport-Marathon-Team, eine Mannschaft gestellt. Wir haben unseren Spaß gehabt. Wir sind im Graz gelaufen. Und da sind schon die Mädels. Willst du herkommen? Weil dann bist du im Fernsehen. Ja, ja. Wie ist dein Name? Ich bin Julia. Und wie gefällt es am USI-Fest? Ja, voll gut. Okay, gut. Dir? Ja, mir auch. Danke. Willst du Moderatorin werden? Ja, voll gern. Aber ist es okay, wenn ihr aus Kärnten kommt? Ja. Warte. Warte. Warum? Also, danke nochmal sehr, Herbert. Ja, wir könnten eigentlich durchaus Kärnten-Immigrationshintergrund brauchen. Und das wäre super. Das wäre total super. Warte, dann kriegst du gleich einmal. Okay, da drüben sind meine Visitkarten, kriegst du gleich. In diesem Sinne, viel Spaß noch bei On The Grid, bei der aktuellen Sendung. Und ja, bis demnächst. Ciao. Ciao. Wir haben auch ganz viel Hip-Straffung. Wir erleben hier unsere Staffung. Und eins, das ist der Leiter und unser schöner Gartzer. Wir sind etwa Gartzer, so wie Gartzer, so wie Gartzer. Und da laufen jetzt direkt der Ritter runter. Und der Leiter. Und wir verleihen für Stefan Witzer. Ja. Das ist ja schon toll. Und wir verletzen, wir sehen uns ein bisschen anders. Und das ist ja schon mal so schön. Und wir k XD Das ist ja schon mal so neu. Und wir sehen uns jetzt mal wieder. Und wir sehen uns, wie wir heute Nacht haben. Ja! Und wir sehen uns, wie wir es jetzt. Und das ist ja schon mal so. Und wir sehen uns. Und die Leute sind nicht gut. Und wir sehen uns sehr schnell. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR www.wDR.com